Die ist ganz klank. Ja, die sind jetzt aus einer Hunde, dann haben die Hunde kehl. Das ist kehlgummi, das ist einfach Wanddruckstreuen. Oder ist das Mundi? Ja, das ist alles einfach nur Holz. Lang so. Das ist gut, weil es nicht mehr in die Hunde ist. Das ist nicht mehr in die Hunde. Die kann gerade sein. Die hat zu eng rum, weil das war so. Das mache ich nicht, das ist zu gefährlich. Ich habe mir einen Scheiß-Botel, aber nicht, dass du das wegkriegst. Einii! Dekor! 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 Dekor!